hereinspaziert in die welt von monika mühlbach und diese welt besteht fast ausschließlich aus sport präventions und gesundheitssport mit senioren herzsport nebenbei noch kinderturnen oder trennsportarten wie pilates oder indian balance bei monika mühlbach gibt es nichts was es nicht gibt ja sportlich bin ich eigentlich schon von klein auf komme aus dem kunst und leistungssport bereich aber nicht aus bayern das hört man ja natürlich ich komme aus nordrhein-westfalen macht ja nichts denn schließlich hat monika mühlbach doch noch rechtzeitig den richtigen weg gefunden und der führte sie in die mittelfränkische stadt heilsbronn wo die 55 jährige beim örtlichen turnverein ihre bestimmung gefunden hat viele menschen zum sport zu bringen das ist ihre eigene intention die sie seit jahrzehnten verfolgt ich sehe einfach wenn ich sportlich aktiv bin wenn ich mit menschen arbeite wie gerne die das aufnehmen wie sich diese menschen entwickeln wie zum teil menschen zu mir kommen die die füße nicht richtig voreinander setzen können und nach einem jahr aufgerichtet sind anders durch die gegend anders sich verhalten und sagen mir geht es gut ich brauche nicht mehr zur massage zu gehen ich gehe einfach morgens montags morgens zur monika und eigentlich geht es mir dann gut hinterher und mir geht es auch die ganze woche gut und wenn es mir nicht gut geht dann rufe ich monika an und brauche was ich machen kann so geht es vor allem den teilnehmern an der kraftsportgruppe die bei monika mühbach sofort ins schwärmen geraten die frau mühbach ist wunderbare trainerin immer fröhlich immer gut drauf erklärt sein gut und das passt ich kenne sie schon länger intensiv erst jetzt seit zwei jahren seitdem ich diesen kurs besuche krafttraining als empfehlung nach einer herz op für mich war spannend dass sie gesagt hat sie will keine muckis züchten sondern die innere muskulatur aufbauen damit meine dauernd irgendwo am boden rum schauen und so und diese haltung meint sie vielleicht auch ist gelungen sie hat mir mal erzählt wenn sie für sich in wald rennt dann überlegt sie sich noch mal was was sie mit uns machen kann also es wird nicht langweilig langweilig wird es auch für monika mühbach nie denn nach der kraftsportgruppe warten im wohnstift heilsbronn bereits die senioren mit viel einfühlungsvermögen geht sie hier auf die älteren menschen ein und vermittelt ihnen ein gefühl der zusammengehörigkeit nicht zuletzt aufgrund solcher erkenntnisse ist für die langjährige analystin einer großen bank die aktuell eine ausbildung zur heilpraktikerin absolviert die ehrenamtliche arbeit sprichwörtlich ehrensache ich wäre ohne die gruppen nichts also ohne die einzelnen gruppen ich denke mit dem mit der großen resonanz die ich überhaupt hier in in heilsbronn habe mit den menschen mit denen ich zusammenarbeite ja das gibt mir eigentlich viel zurück und das ist mir einfach das wichtigste also mir wäre jetzt ich mache das nicht aus finanziellem grund absolut nicht also da denke ich kann ich mit meinem beruf viel viel mehr verdienen ums geld geht es monika mühlbach sowieso nicht denn das preisgeld für den ehrenamtspreis fließt neben neuen geräten für das wohnstift natürlich seniorengerecht in den turnverein heilsbronn und zwar in 30 gymnastikmatten